Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch sehr herzlich beim heutigen Video begrüßen. Diese Videoreihe entsteht in Kooperation mit der Ferienmesse und der Canon Academy. Heute geht es um Tierfotografie. Ihr müsst nicht um den halben Globus reisen. Es reicht auch, wenn ihr an das nördliche Ende von Wien fährt. Dort gibt es eine sehr große Zieselpopulation und diese zierlichen Nager sind heute unsere Fotomotive. Um diese Ziesel zu fotografieren, braucht ihr ein Teleobjektiv. Das heißt, das ist ein Objektiv, mit dem ihr entfernte Motive näher ran holen könnt. Und dann kann der Spaß schon losgehen. Ihr solltet den sogenannten TV- oder S-Modus verwenden. Das heißt, ihr stellt die Verschlusszeit ein auf ein Fünfhundertstel, damit die Fotos auch wirklich gestochen scharf sind. Begebt euch in Bodenperspektive, ansonsten werden die Ziesel sehr klein und ihr werdet keine Freude mit den Bildern haben. . Untertitelung des ZDF, 2020